Moin zusammen, wir gehen jetzt einmal mit dem Challenge-Modur-Sacrament nach Gwerften und das Küken hat sein Spiel auf niederländisch stehen, also machen wir zwischendurch ein bisschen niederländisch unsere Richter. Ja, dann liest mal vor. Der heißt Bewegungssensor, okay. Bewegungssensor, ja. Okay, das ist auch cool. Boah, okay, noch mal, also. Ach so, ist das so, das Ereignis ist Rebortnis? Ah, Ereignis. Es ist Rebortnis. Rebortnis, okay. Rebortnis, okay. Okay, das ist ja cool. Okay, und? Ja, ich glaube, platzen heißt sowas wie auf Deutsch platzieren. Das heißt dann aber platzen, das ist auch so lustig. Mein Gott. Okay, wir bereiten uns mal ganz rein da. Okay, dann denkt dran, schön suchen. So, hier ist der Spiegel. So, hier sind die Körken. Ich dachte, wir machen jetzt so niederländisch. Das war jetzt französisch und japanisch. Restaurant. Uno, dos, tres. Pajalüster. Ja, ich bin gerade ein bisschen verrückt. Ras, Pajalüster, Ras, Ras. Ich kann aber nicht Schwede. Das ist Russisch. Das ist Russisch. Pajalüster ist Russisch. Ach so. Pajalüster heißt bitte und Ras heißt eins. Bitte eine. Ich weiß nicht, was Sprache auf Russisch heißt. Deshalb sage ich Pajalüster, Ras. Ich wusste nicht, was? Ja, Pajalüster. rồi. Danke. Ja, Pajalüster. Ja, Pajalüster. Ja, Pajalüster. Oh, komm. Oh mein Gott, wir gehen hier jede Sprache durch. Auch die Tschalischlern, Tschalisch! Kannst du einfach mal hoffen, dass du Deutsch wie dieses Video kauft hast? Ey, ich glaube die YouTube Untertitel, die automatisch generiert werden, ist aber sind total verwirrt und versuchen auf Deutsch wahrscheinlich das zu schreiben, was wir in anderen Sprachen sagen. Das ist bestimmt lustig. Oh, ich habe den Knochen. Ich habe den Bot. Bot hieß das, ne? Ich habe den Bot. Ich habe den Bot. Ich weiß gar nicht mehr, was das auf Türkisch hieß. Ich weiß gar nicht mehr, was das auf Türkisch hieß. Ich weiß gar nicht mehr, was das auf Türkisch hieß. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Schau, der Feuer ist. Der Feuer ist der Feuer ist der Feuer ist Das ist gut. Der Feuer ist der EMF. Die Bilder die Bilder die Fotos nicht zählen. Pas de Fotos. Sacré bleu. Sacré bleu. Le Cap. Le Cap. Le Cap. Der Duer. Oh, Airball. Luftballen. L'air du Ball. Was würde das auf Niederländisch heißen? Luftballen. Oh, da ist er. Platz. High Platz. Merci. Wodka, Wodka. Oh mein Gott. Es ist Spökskriebs. Spökskriebs. Kavir, Kavir. The Twins. Suda, Suda. Emf. 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 Das ist so lustig in diesen ganzen Sprachen. Die Zahlen. Die Zahlen. Bis 10 kann ich eigentlich in vielen Sprachen. Das ist lustig. Le Temperaturen. Le... Le... Quatre. 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 Quatre ist auf Niederländisch 4. Auf Deutsch ist es 4. Auf Englisch 4. Was haben wir noch? Quatre auf Italienisch. Quatre auf Französisch. Ich glaube auch Quatre auf Spanisch, aber anders geschrieben. Ähm... Was? Drei. Chitiri auf Russisch. Dört auf Türkisch. Und auf Arabisch Arba. Lustig, ey. Die ganzen Sprachen. Sprachensalat. Ja, aber echt, ey. Bei uns kommt jede Sprache einmal dran. Auf Japanisch oder Chinesisch ist das, glaube ich, irgendwie Xi. Und das ist ja die gefährliche Zahl in den Sprachen. Oh. Festerradio. 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 Ich rede, ich rede. Ich rede. Ich rede. Schreben. Bücken schreben. Bücken schreben. Bücken schreben. Bücken schreben. Oh, oh. Äh. Möchlichkeit. Äh. Moroi. Heißt das so auf Niederländisch? Möchlichkeit. Möchlichkeit. Ups. Oh, die Temperaturen. Oh, coup, coup. Es war noch mal eine Null auf französisch. Zero. Äh. Zero neo. Ist das bringe weh? 0.9 Ja, alles, was unter 1 ist, ist Freezing. Temperatur Glacier? War das nicht Glacier oder irgendwie so? Oh, Morhoi, pass auf, deine Sanity! Lauf raus, deine Sanity! Deine Sanity, es ist ein Morhoi! Doch! Doch, Freezing, Ghost Riding Spirit Box ist Morhoi. Mir, mir nicht interessiert. Ja, und Summoning Cycle später. Zü, machen das, zü, machen das. Ja, okay, dann lasse ich mich nicht verfluchen. Guck mal nach den Verstecken, mach mal so einen kleinen Versteckscout, wo wir uns nachher am Schluss verstecken können. Es ist Tessel. Es ist sehr perfekt für die Hand. Sesselchen, okay. Okay, also, der Ghost Highway ist folgender. Da oben von dem Raum, dann hier die Treppe runter, hier lang, hier durch, durch den Geisterraum, dann in die Küche, einmal hier um den Tisch rum und dann wieder zurück nach oben. Hey, du Lichtauskopf! Macht der hier das Licht wieder aus? Warst du das jetzt, oder war der das schon wieder? Nein, ich bin das die Pater, zwar. Seelige Geist. Seelige Geist. Hey, der macht meinen Ghost Highway kaputt. Trampelkopf! Trampelkopf! Gott, der wird nachher aber auch abartig schnell sein, ne? Ja, dann bring schon mal die Sachen da hoch. Äh, warte, hier eine... Lass meine Sanity in Ruhe, Freund! Was brauchen wir denn da oben noch? Brauchen wir noch? Die Nebenaufgaben haben wir schon die meisten, ne? Kruzis liegen hier unten rum. Verdammt, der wird gleich eh so schnell sein. Das wird gleich ein Spaß. Jetzt kommt wieder Französisch und Japanisch. Oh Mann, hier ist was los. Pizzerestaurant. Ristorante, Pizzeria. Gibt's für mich? Bene, bene. Avanti, Avanti. No, die Smutsch! Alter, du Smutschkopf! Oh no! Du kleiner Smutschkopf! Rechtsklicken, Resi-Armode. Du kleiner Smutschkopf! I have an, ehm, Ersatzsmutsch. I am very sanity. Bring mal Ersatz Sanity für mich, weil ich glaub, deine Sanity ist wahrscheinlich schon ganz unten. Äh, oui, oui, d'accord, d'accord. Sanité-Depot. Sanité-Depot. Stupido! Boah, ja, okay. 80, das war doch... 40? 40... Äh... 10? 40 und 10? Ist das 80? Oder nee, nur 40. 40 und 10 ist, glaub ich, 90. Wart mal, 4 x 20 heißt das wörtlich übersetzt. Ja, ja, 4 x 20 ist 80. 4 x 1 ist 81. Und dann die 90, da machst du einfach mit 10 weiter. 4 x 10 ist 90. Ist ein bisschen kompliziert im Französischen. Ja, Mann, ja. Was hieß das nochmal auf Russisch? Wo ist hier im Nostar? Irgendwie sowas. Total auch so komisch. Auf Türkisch ist es Seksan. Okay, hast du Kamera? Hast du Kamera? Äh, wau, 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 wau. Warten auf mich, äh. Okay. Okay, okay. Okay. Ich hoffe, der hantet jetzt nicht. Letzte Kerze in 3, 2, 1. Oh Gott, der wird schnell sein. Vorsichtig. Arigato. Konnitiva. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, geht, geht, geht. Geweckwand. Dabei, dabei. Scheiße, Dreck, Scheiße, Dreck. Dabei, dabei. Oh, oh. Idi Suda, Idi Suda. Suda. Yes, get up here. Smudge, Smudge. Smudge ist aktiv. Achtung, gleich geht's los. Oh mein Gott. Wo wir raus hier müssen jetzt. Leider war es dunkel, aber es war trotzdem lustig. Oh, no, no. Wir brauchen ein Foto. Okay, Foto ist erledigt. Okay. Aber irgendeins hat doch nicht gezählt, hast du gesagt, ne? Ein Foto kaputt. Ja, oui, oui. Das ist ein Bullshit. Guck mal, ich habe trotzdem noch so viel Sanity. Guck mal, aber der war trotzdem so abartig schnell. Ja, oui. Weißt du, was mal cool wäre? Wenn wir das hier auf der Highschool machen würden und wir hätten ein Moroy und wir würden unsere Sanity wirklich auf Null machen, einen sauberen Ghost Highway bauen, wirklich den ganzen Flur einmal so lang, also diesen mittleren Flur und den einen Seitenflur und den wirklich auf die maximale Geschwindigkeit kriegen. Das wäre auch mal lustig, ey. Wenn wir mal einen Moroy in der Highschool haben, müssen wir es auf jeden Fall mal versuchen. Egal, mit welchem Schwierigkeitsgrad. Ah, ja, ja. Wie, ah, boah. Warte, ich muss noch kurz eine Sprache kurz ein bisschen. Okay, also. Sprachen sagt er. Ja, das müssen wir auf jeden Fall machen. Ja, das wird auf jeden Fall lustig. Aber guck mal, ein Foto heißt Ben bei mir. Ich habe ja immer noch auf Schwedisch. Achso, hast du Schwedisch an? Ben? Mh, 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 mh. Küken, fliegst du raus? Ah, schnell abfahren. Schnell abfahren. Ich hoffe, du... Achso, ich dachte, du fliegst raus. Oh, ja. Ja, ich habe jetzt schnell auf Abfahren gedrückt, weil falls er disconnectet, wenn er in diesem Bildschirm hier rausfliegt, in dem Initializing Bildschirm, fehlt die Runde trotzdem. Ja, ich dachte, du fliegst gerade raus, weil du nichts mehr gesagt hast. Deshalb habe ich schnell auf Abfahren geklegt, weil du kriegst es ja trotzdem, ne? In dem Initializing. Spöck-Typ. Achso, Spook oder Spook, ne? Also fast so wie Spook geschrieben, ne? Ja. Das ist schon lustig, wie diese Wörter alle zusammenhängen. Also ist auf Deutsch das Wort Spook wahrscheinlich von den skandinavischen Sprachen abgeleitet oder umgekehrt. Das ist ja witzig. Ich weiß nicht, weil ich schnell jetzt nicht mal auf Englisch, aber das reicht mir zu dem Sprachensalat. Ja, dann mache ich mal auf Englisch. So, hier sind die Stats. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.